Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute um den Alu Teufel Spezial von Tuga Chemie. Bei dem Felgenreiniger, es ist ja eigentlich nur ein Felgenreiniger, aber ich will euch heute zeigen, wie ich den auch immer auf der Lackoberfläche anwende. Und zwar zum Flugrost entfernen, also dekontaminieren im Fachjargon nennt sich das. Ihr könnt das eigentlich rein theoretisch mit einem perneutralen Felgenreiniger machen, nicht nur mit dem, mit dem Gian Iron und vielen anderen Felgenreinigern. Flugrost entfernen machen wir eigentlich immer, besonders bei weißen Autos sehen wir das, bei schwarzen Autos ist es aber auch, ich sollte das vielleicht einmal im Quartal machen. Wir schauen uns das mal kurz auf der anderen Seite mit an, da habe ich das nämlich Ganze schon aufgetragen. Ein Heck habe ich sogar schon abgetragen, das zeige ich euch gleich nochmal kurz, wie ich das mache. Hier seht ihr selber schon diese rot-violette Färbung und wir erkennen natürlich ein richtig schönes, sauberes Bild. Immer nach den Reifen wird sie immer, also mehr violett und dann wird es immer weniger. Also es verteilt sie eigentlich immer direkt nach den Radläufen. Woran liegt das? Und zwar liegt das daran, dass dieser Industriestaub oben in der Luft ist, durch den Regen runterregnet und später dann eben durch das Rad auf die Türseite draufgewirbelt wird. Und den müssen wir natürlich runterholen, weil erstens minimiert der den Abwehr-Effekt, zweitens das Trocknungsverhalten minimiert sich sehr stark, also mit einem Trockentuch können wir es nur sehr schlecht abmachen. Und wenn ihr rüber geht, fühlt die sich eben sehr rau an. Ich weiß nicht. Ja, man kann es jetzt nicht extrem gut hören, aber es ist sehr rau, es fühlt sich ein bisschen an wie Schleifpapier und dafür benötigen wir eben Flugrostentferner. Und ich benutze dazu gelegentlich den Tukashimi Aluteufel Spezial. Den habt ihr zu 1000% auch zu Hause. Und dann verwende ich die Gion Clay. Ich gucke mal kurz, wo die ist. Und zwar ist das diese hier. Die wird sich natürlich ein bisschen auflösen und die wird auch ein bisschen schleimig und weich durch den Flugrostentferner an sich, aber das ist nicht so wild, es ist eben so. Aber damit kriegen wir das eben richtig gut runter. Zusätzlich benutze ich eben pH-Neutral Snowform-Shampoo mit Seife, also mit Wasser, damit ich so ein bisschen auf der Oberfläche arbeiten kann. Sprühe das so ein bisschen ein. Ihr könnt das irgendwie an der Waschanlage machen oder auch zu Hause vom Polieren. und dann geht ihr eben ganz normal über die Stellen rüber. Und ihr seht selber schon, die violette Färbung verschwindet ja. Verschwindet auch, wenn ihr jetzt mit dem Handschuh rüber gehen würdet. Und könnt aber auch nochmal gucken, wie hier zum Beispiel, dieser kleine schwarze Punkt. Gehen wir eben oft rüber und können wir dann eben schauen, ob das Industriestaub war oder nicht. Und es war Industriestaub. Dann gehen wir das Ganze einfach nochmal rüber. Und dadurch, dass dieser Felgenreiniger jetzt noch auf der Oberfläche ist, warten wir selber noch ein bisschen. Und können dann nochmal schauen, ob noch metallische Partikel auf der Oberfläche sind. Und das könnt ihr im Heckbereich jetzt nochmal kurz sehen. Anschließend seht ihr noch, hier war ich auch überall rüber, es war nichts rot. Und dann seht ihr eben noch genau, wo diese ganzen Punkte sind. Das ist jetzt hier ein starker roter Punkt. Zack, weg ist er. Und da geht ihr dann eben anschließend nochmal rüber. Genauso wie hier im unteren Bereich. Und jetzt natürlich die große Frage, wieso muss ich dann überhaupt mit dem Flughauseentferner drauf? Wieso mit dem Felgenreiniger? Wieso mache ich das überhaupt vor dem Polieren? Ich mache das jetzt vor dem Polieren, damit ich es später nicht im Polierpad habe. Und das ist so richtig eingehakt im Lack. Das würde sich selber so nicht entfernen. Ich würde es euch wie gesagt empfehlen, einmal im Quartal, also in drei Monaten, so eine Flughauseentfernung durchzuführen. Auch bei andersfarbigen Lacken. Das könnt ihr eigentlich rein theoretisch überall drauf anwenden. Auch auf Gummibauteile oder Kunststoffbauteile macht das rein theoretisch nichts. Probiert es aber dennoch nochmal separat aus. Und danach werdet ihr schon merken, auch ohne die Anwendung von Reinigungskiläte werdet ihr schon einen deutlich besseren Effekt haben. Gut, das war das kurze Video, in dem ich euch eigentlich nur kurz erzählen wollte, wie die Dekontamination mit dem Alutopf Spezial funktioniert, weil das jeder von euch zu Hause hat. Wenn ihr uns auch irgendwelche Fragen habt, schreibt natürlich gerne. Ansonsten wünsche ich euch eine Indizierungsfreie Woche. Euer Florian. Ciao. Ciao.